Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Runde Warhammer Vermintide. Wir spielen das Horn von Magnus auf Nightmare. Freddy als Zwerg, ich als Hexenjäger und zwei Random Leute und ich würde sagen, los geht's. Dein Wunsch ist mir Befehl. So soll das sein. Hehehe. Right. The town is under attack and our best chance of getting the word out lies with the Magnus Tower. There's a garrison there. Warn them if you can, but make sure the Horn of Magnus is blown. That racket will be heard clear to the mountains and that's exactly what we want. Heah! Heahem. Um die Horde, Magnuson! Geh für die Tower! Es wird viel Blut verpült, bevor wir ihn erreichen. Ah, du bist nicht schade, oder? Bomben hier! Für wen einen Helm bekommen? Für eine Klasse, die ich nicht spiele. Mehr Potionen hier! Bin ich gerade so gut festgehalten? Wenn jemand Snipe hat mit seinem Gewehr, alles weg. Ich habe gerade einmal einen erschossen. Das ist schön, ich schieße mit dem ersten Schuss in die Brust, dann geht das Fadenkreuz hoch und dann geht das zweite Schuss über den Kopf. Ammunition hier! Ammunition hier! Der Scheiß-Elf ist immer noch draußen. Ja, unser Elf hat ein Problem. Der Scheiß-Elf ist immer noch draußen. Du hast eure Weapons! Wo ist das Beere? Irgendwie hängt sie so sehr an ihren Medikumsupplies, die wir geplant haben. Das macht der Schuss! Es macht einfach, wenn sie so an sie zurückgelegt werden, die wir geplant sind können. Das ist ein Problem! Er ist noch nicht so ein Problem weit auf der Seite der Schuss! Das ist ja ne Beute-Ratte. Nein, ist ja nicht. Doch, nein. Doch, nein. Nein, doch. Ich dachte, ich hätte sowas gehört. Das Sack-Geräusch. Ach so, die sind die Klimper, oder was? Ja, genau. Da ist es doch. Tu mich doch nicht. Scheiße, Alter. Nein, ich hab nicht den Master. Ja, wir müssen eben die Beute-Ratte töten, die hat voran. Ja. Ich bin ja auch immer auf normal oder so. Ich bin doch. Ja, ich bin doch nicht auf die Reihe gekriegt, das bin ich klar. Und meine Güte, kaum spielen ja Porn of Magnus, sind die nur Idioten da. Die beiden haben sich gerade so idiotisch angestellt, das ist der Wahnsinn. Wow, da kommt er in die End. Mal so schnell, dass man hier rein kann. Komm, man lernt nie aus. Ja, hier sollte er eigentlich irgendwo das Taume liegen. Jetzt medicatest du dich erstmal, hier ist das Taume. Da kann ich mir nicht medicatieren. Da ist noch mehr medical supplies. Eh, nimm halt. Da, der, die sind was mir die auch eigentlich. Da ist die, der 11 ist leider irgendwie auf allen vier Minuten zu gegen Gerütsperrmire. Na den Hintern zu verführenden Schledung in die Luft gerickt. Medical supplies here! Eeeh Asassino? Irgendwo? Wo oben? Und das haben wir alles für Fuss. Nur deine Angeberwaffe. Oh ja. Oh ja, Baby. Oh nein, ich hab mich angezündet. Oho. Okay, okay. Okay. Ja ja. Die anderen zwei öbbeln da hinten irgendwie rum. Wir haben das. Wir haben das. Wir haben die 50-Level-Magnus-Magnus-Magnus-Farming geschrieben. Hm. Jawoll. Auge. Hm. Äh, vorsichtig. Scheiße wäre der Elfen des Grimwaar. Jetzt nimmt der Penner des Grimwaar. Fick dich, ey. Fine, ich will ihn trinken. Schau! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Und, 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 und. Kruger ist blind. Würdest du bitte darauf schießen oder was machen? Stopp da! Wo ist, sag mal, dieser, dieser Kruger? Ja. Okay, hier links her. Ah, du Scheiße! Kannst du es hören? Oh, Scheiße, der Komet! Ammunition! Oh, jetzt wird sie... ... sie hat weggebrochen. Jetzt wird sie erwürgt. Scheiße. Er hat auch mittlerweile geliebt. Ja. We got a Strangler! Get back up, Elf! Ausgerechnet der Kruger ist uns geblieben. Schade. Schade. Äh, Auge, ich verabschau dich mal. Äh, ich verabschau dich mal. Kannst du mir gleich das Fass zuwerfen? Das brauchen wir schon oder wie? Das hat keinen Skill. Weiß jetzt gar nicht. 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 Werf! Ja, werf ihn. Ist sogar eine legitime, alt-hochbäutsche Forn. das nächste meine gute ausgeschafft Da ist der Tower, richtig? Medikamente hier! Gib mir einen Moment! Meine Güte, wir sind wieder... ... im Spiel sozusagen. Halbwegs ist unter dem, ne? Es würde über diesen Platz einfach mal schnell drüber laufen. Ja. Deli, ja. Musik! Ich finde, wenn die zu oft drin ist, dann sollte diese Band auch hinter einem stehen. Wenn man sich umdreht, sich an die Musikanten zu schnell in der Eck mal schwinden. Da gibt's diese Parodie, so bitte. In der... ist immer die Band in der Nähe und irgendwann mal schlachtert er sie ab, als ich immer auf den Sack geht. Ich... ich arbeite hier! Shut up! Und keine Munition. Es hört schon echt schick aus. Killed big guy. Medizin hier! Should anyone care? This will do our humans good! Freddy, komm hier rein. Hier ist ein Heilsrang. Freddy ist ein... äh... Medikit, meine ich. Am Tisch. Schieß! Schieß über den Kopf und sein Kopf explodiert. irgendwo dreht man wieder sein das tome hier wer nimmt die zu nicht vor noch mal wie ein nicht holt es einfach das hat jetzt aber Vielleicht ein Drink wird meine Humors zurückbekommen. Gut, dass ich hier mal die Munition mitnehmen kann, weil sonst braucht die ja keiner. Ja. Ich meine, ihr habt uns zum Beispiel für euren Schuss. Der Hund auf der Straße ist ein Gunner. Jaja, das ist einfach... Und hab mich der Scheiß! Dieser Mist, ich ja... Ich finde das ein bisschen mies, dass du das nicht abwehren kannst. Ja, das wird auch... Also zum Beispiel, in der V-Day konntest du ja, wenn der Hunter dich anspringt, konntest du mit einer Schlagattacke, wenn du richtig gut warst, so wie ich, dem ja Luft abwehren. Das haben auch schon einige geschrieben in den Foren. Ähm... Lass wenigstens zu, dass man den Grab wegblocken kann. Wie bei Left V-Day beim Smoker, warum bloß die halbe Idee klauen? Äh... Beim Smoker konntest du den Grab nicht abblocken. Das nicht, aber du konntest deine Mates zum Block befreien. Jaja, dem ist ja geschlagen, das war so befreit. Du musstest nicht immer den Typen töten. Ja, der ist halt ein bisschen weit voraus, deswegen... Was macht ihr da? Ja, während ihr Vogel aufste seid, war hinter uns noch ein Schwarm Wormin. Ja und? Ja. Können wir jetzt einfach hinter uns lassen? Mhm, zusammen mit euren Mates. Warum funktioniert der scheiß Hebel nicht? Wir haben Kruger nicht an Bord. Na und? Warum funktioniert der Hebel nicht? Ich wette, Kruger ist der Typ, der von den anderen vier gemobbt wird. Ja, garantiert. Der ist so charakterschwach. Der ist wirklich charakterschwach, oder? Scheiß. Der ist wirklich charakterschwach, oder? Scheiß. Ich laufe da auch immer recht klein, weil ich denke, da ist es in der Musik in den Raum. Ne, ich laufe da immer links rein, weil da manchmal was Leakbomben oder so. Das ist es. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Also diese Magierin konsumiert einfach ohne Ende, wo sie es nicht braucht. Na, lass mich mal die Potion hier. Cheers. Just drink this out of fast. Halt in here. Defend me. The righteous feel no pain. Be you unrighteous. Be you unrighteous. Be and you are righteous. Quick. Tschüss Alex. Ne, das war Feiler. 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 Ah sey 2 Shhh, ah sey 2めous bridge. H Woche repeat. Ach ej 1h, soldiった. Eugust. natürlich jalad 1h, 2h, 2h. 1h, 2h, 2h. финst. Ah, wir haben Feuerwollmagier gespürt. Ja. Das wird uns auch ein bisschen Warn umsatzen. Schieß mal nicht und versuch mal nur zu gucken, ob ich irgendwo ein Special sehe. Am besten wäre es, wenn du die Packmaster-Fugzeit hier den Exit markierst. Und dann eine Bombe drauf hielst. Ja. Am besten eine mit Kernstrengsatz. Ich hätte echt gerne goldene Pistolen, also orange Pistolen, goldene Pistolen mit 30% mehr Munition auf jeden Fall. Ich finde sie ja auch aus dem Spiel mal. Mh, 30% mehr Munition. Lass uns. Ja. Was ist das denn? Ich hab ihn. Wir haben ihn. Ich hab ihn ja nur umgegangen, aber das Spiel ist ja an dieser Kompetenz. Schreie. Naja, ich schreie es nicht. Ach nö, komm ich hab mich angezündet. Oh ja, ich bin in Francie gegangen. Könntest du das bitte enden? Diese Events sind schon, die treiben es schon wieder ziemlich bunt mit einem. Ja. Geht weiter. Jawoll. Knack. Au. Au. Und er kriegt nur zwei Schläge in den Rücken. Oh, Kruger, komm hier rein durch den. Ich glaub Kruger wird auch immer von den Idioten gespielt. Alter. Ja. Jatz regnet schon wieder Ratten. Und da macht Kruger jetzt komm her. Ja. Ja. Ja, also. Au. Hebel. Danke. Ich habe dieses Buch, Freddy. Ich werde es einsetzen. Weg. Weg mit euch. Ja. Das ist übrigens der, das ist wirklich der obligatorische, ähm, Dings-Absturz. Ja. Das ist wirklich der obligatorische, ähm, Dings-Absturz. Grundlos. Im Faschschulaufschutz. Ja. Also, Wahnsinn. Mal wieder im First Trial diese Map gemeistert. Mhm. Jetzt gucken wir noch welche Items wir bekommen haben. Bitte, bitte ein wenigstens grünes Schild mit Hammer. Ja. Es ist halt oft nicht mal in meiner Loot-Auswahl drin. Oh ja, ich steige ja auch. Oh ja, ein neues graues Item. Ein grünes Item. Wir kommen schon grüne Items. Uh. Ja. Ja. Und mein oberstes Item wäre eine... Meine Axt-Mitschid, ich bin ein Hammer-Mitschid. Wir sind fast kaputt bei euch. Ich hab zwei Treffer. Vier, fünf Treffer. Und ich bekomme schon wieder diesen dummen, diesen dummen Schottgarten. Ich bekomme... Fred, ich bekomme ein goldenes Trinket. Ich bin stolz auf dich, was kannst du denn? Das weiß ich noch nicht. Ähm, also es ist wie das eine, was ich schon hab. Ähm, wenn ich mich heile, werden in deinem Radius, äh, um mich herum die Leute um 20% ihrer fehlenden Gesundheit geheilt. Hm. Oh, nice.